Guten Morgen. Heute Morgen, es ist noch relativ früh und ich hatte schon zwei Gespräche, die mir aufzeigten, wie wichtig es ist, darüber zu sprechen, über die Liebe. Liebe, nicht die begrenzte Liebe, die wir Menschen in unserem Kopf, das Bild von der Liebe, das begrenzte Bild der Liebe, die wir Menschen in unserem Kopf haben, die meine ich nicht. Für mich ist die Liebe, die ich meine, die ist, spür sie, die ist da, die ist allumfassend, die ist gütig, liebevoll, da ist Geborgenheit. Das ist die Energie, in die wir uns fallen lassen können, wirklich so vertrauensvoll nach hinten, in dem Wissen, wir werden aufgefangen. So wie, wenn du mal auf einem Konzert was oder Konzert gesehen hast, wo dann die Künstler sich rückwärts ins Publikum fallen lassen, voller Vertrauen, dass man sie fängt und dass sie getragen werden. Das ist die Liebe, die ich meine. Manche nennen sie Gott, manche nennen sie Universum, manchmal wirklich einfach nur Liebe, was auch immer. Ihr ist es egal, wie du sie nennst. Hauptsache, dass das Gefühl da ist. Spüre rein, spüre diese Liebe und wisse, du bist getragen. Ich wünsche dir einen friedlichen, gesegneten Tag.